Ah, Roggen kaputt, komm rein hier! Ne, auf Bewährung Wohnung. Wir spielen am 24.05. bei euch und wir freuen uns auf Bands wie Slime. Mal gucken, was meine Bandkollegen dazu zu sagen haben. Ey, Fronlan! Fronlan! Auf wen freust du dich bei Roggen kaputt? Dönerpunks! Dönerpunks! Ey! Mav! Auf wen freust du dich? Mutter Bor! Mutter Bor jetzt! Ey! Manni! Ja, Cherry Bomb natürlich. Cherry Bomb! Ja, Roggen kaputt. Ihr seht, wir freuen uns wie Sau. Wir freuen uns auf Bands wie Großstadtgeflüster, Berlin Boom Orchester, The Love Below, We Butter The Bread With Butter und tausend anderen Bands. Kommt vorbei, habt Spaß mit uns. Wir sehen uns!